Hallo und Herzlich Willkommen zurück im Wäldchen! Alter, hast du das gesehen? Ja, was hast du mal die Zeit abgeholt? Zu Gans-Go-Algatorik! Was ist denn das? Was ist denn das hier, Leute? Ey, das sind aggressive Ratten! Hinter uns! Was ist das? Oh, was ist das? Da haben sie Nazi-Experiment hier, das sind so die Zombies, ja? Das ist Bane, das ist Bane von Ver- Alter! Alter! Nein, was ist das? Alter, bleibt weg! Die Nazis sollten Gedanken kontra einem Zombie draußen hier! Na, aber doch nicht so! Das war Bane von Batman, nein, das war der Bane! Gib dir gleich Bane! Ich- ich Bane, den schnell weg! Alter, die Ratten, die Zombies, die Nazis, ich weiß nicht, was kommt denn hier noch? Ja, herzlich willkommen erstmal! Man- man kommt ja gar nicht dazu, ja? Ab, wieso?! Nee, komm, ey, nee! Ich- scheiße, du, vorwärts, vorwärts, nicht zurück! Alter, was sind das für Zombies hier?! Wo seid ihr? Weiter vorne! Viel weiter vorne! Wenn der eigentlich kommt! Lenk-Raketen! Ach du scheiße! Warte! Hinten Raketen, äh, Raketen, Ratten! Warte, Raketen! Warte, Raketen! Warte, Raketen, Raketen, Raketen! Ey, guck mal, wie groß die wären! Alter, was findet ihr alles?! Alter! Was ist denn nur verkehrt mit euch?! Wir müssen hier oben das Ding runterholen! Aber die verstecken sich in ihrem Panzer hier! Gleich mal in die Schnauze getreten hier, das darf doch wohl nicht wahr sein! Das Ding kann man gar nicht runterholen! Doch! Hol' mir jetzt den runterkommen! Boah, der- Oh, der kommt aus dem Plan zu lassen! Alter! Thomas, hinter uns! Ich guck' ich doch nicht hin, was hinter uns ist! Hä, war das letzte Skelett, was hier runterkam?! Alter, nee, Tommy! Ich bin im Keller, Urschmuh! Oh, nee, jetzt bin ich oben! Och! Na, das Vieh kommt mir immer her, alter! Na, nee! Ich hab' den optimalen Platz entdeckt! Ey, Honey, hau' ab hier! Nein! Nein! Die Ratten, die sehen aber so geil aus! Pichor, das Kuscheltier hat! Scheiße! Wir müssen wieder zurück! Scheiße! Was ist ja echt lust? Ja! Es kommt sonst! Ihr seid wickster, ey! Spring doch gleich hier hoch, Tommy! Ich bin ohne Weihnachtsmann gefolgt! Alter! Ich bin tot! Das hast du verdient! Das hast du verdient! Schönen Dank! Nein! Aber... Ah, genau! Nein! Ne Ventilator! Fuck! Ein krankes, gestörtes Spiel, alter! Ah! Hä? Wie soll ich das... Achso! Jetzt soll ich... Oh, scheiße! Zack! Ich bin tot! Ei, 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 ei! WTF, was ist das für ein Game, ey? I'm a Barbie girl! I'm a Barbie girl! Oh, der Ventilator reingestickt! Nee, er wird unten! Scheiße! Ratten! Ratten! Aber wie?! Ich bin schon mal hier! Oh, die Latte ist gerade! Die Latte ist gerade! Die Latte ist gerade gesprungen! Selbstmord Ratte! Nein! Ach, feikt doch die Hände! Mensch! Oh, wie? Jetzt kommt der noch mit der Schottie! Alter! Ah! 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 Ich weiß nicht, wo ich zuerst die Scham war. Was ist das jetzt hier? Laufbänder! Vorsicht! Ich weiß nicht, was... Oh! Schreit da! Schreit da! Feuer! Was soll ich denn hier machen? Hä? Äh... Ach hier, rauf! Ach, da rauf müssen wir! Ich kann doch nicht mit der Tür rein! Hä? Ich steh mal hier oben! Hahahaha! Komm, ich such mal nach dem Hebel da unten! Ich bin hier... Ich bin so... Guck mal nach dem Hebel! Ich gucke... Ich halt mal hier irgendeine Wache! Da drüben das Rad! Ja, aber wie komme ich an das Rad? Ich gucke mal, ob die Tür feuerfest ist hier! Oh! Oh! Warte mal! Kann man die Dinger nicht schlafen? Ich bin dort! Hahaha! Ach, ich habe die Latte gedaufen! Sorry! Hält das Rad? Ja, aber wie soll man da reingucken? Ja, war doch da! Ah, wir müssen oben das Ding kaputt machen! Die Flammenwerfer! Ah, scheiße! Ich... Hahaha! Das ist doch hier wie bei... Pink Floyd hier! Bei dem Video! Ionino... Ist so schön! Aber irgendwie... Ach so! Wenn der Flammenwerfer kaputt ist, halten die Dinger an oder gehen kaputt unten oder was? Die Tür geht auf, denke ich mal! Ich denke mal unten die Dinger halten an, weil unten geht es auch noch weiter! Die Tür geht auf! Ist kaputt! Okay, wunderbar! Na toll! Kommen jetzt erstmal Kunden raus! Ähm... Ich bin tot! Ich hab... Ich hab... Ich klotz die ganze Zeit nach rechts! Ich klotz die ganze Zeit nach rechts! Und von hinten wirst du überrannt! Och... Ich hab' den Fick rein! 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 Gummibär! Oho! Oh Ratten! Oh! Kotzt die mich voll! Ja! Zum Kotzen! Ja! Kotzt die mich voll zum Kotzen! Oho! Ich seh' jetzt alle ausrasten, weil ich seh' immer alle wissen wie's geht! Alter! Die Typen von hinten, die sind ganz ungeil! So! Hebel ist gedrückt! Tschüss! Oh! Heiß! Heiß! Oh! Heiß! Ha! Uh! Enemy Contact! Enemy Contact! Guck mal! Das ist die Enemy! Oh! Alter! Haha! Ich streck sie doch! Die Scheiße! Ha! 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 Hier ist doch! Hier! Hier ist doch! Äh! Hilfe! Ha! Wo müssen wir denn? Nach oben! Hexen! 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 Alter! Was geht denn mit denen? Hexchel! Da geht's zu Hexler! Was für'n Hexler! Ja! Da ist ein Spiel! Ach guck mal da mal drauf im Selfie! Danke! Oh ho 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 ho! Oh ho ho ho! Oh ho 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 ho! Also das ist ein geiles Game! Gnadenlos Alter! Gnadenlos! Gnadenlos! Ich kann dir waschen trinken! Es geht hierhin! Ah, da oben ist auch so ein Ding. Ah, ich freu nicht rein. Ich bremst. Da oben ist so eine Selbstschuss-Alarge. Aufpassen. Ach, da. Okay. Ja, aber wie kommt das? Mir hat es gerade ein Fass angezeigt, oben rechts. Ja, ich habe es gerade runtergeschossen. Jetzt kommen wir durch. Ich bin Nazi-Jäger. Ich bin... Alter, Alter. Ick, Ick, Ick. Alter, Alter. Mensch, was ist denn los mit euch, Junge? Ach, nee, nicht schon wieder so ein Typ. Wo denn? Wo bist denn du? Schon lange nicht mehr. Ach, Alter. Oh, scheiße, Selbstschuss-Alarge, Achtung. Oh, ja, da. Na, schön, ne? Granaten! Ich bin tot. Ich bin tot. Granate! Granate? Willst du heiraten, oder was? Wieso, hä, wieso bin ich nicht hier oben? Oh, was ist hier los? Oh, seid ihr nur behindert, oder? Ich bin tot. Ich bin herzut. Oh, ich bin auch schon wieder tot. Pakete verdienten. Ja, pfff. Ich bin tot. Alter, das Spiel ist so süß. Ich mach das hinten gleich mit dem Fass. Das rumpelt hier noch so in den ganzen Blütschern, Alter. Ich denk schon meistens, dass wir dort den Blütschern wieder runterkriegen. Oh, Bewegung zu der Battlestate. Da müssen wir die Ratten zusammenarbeiten. Die Schöpfchen Nazis. Wir haben doch schon die größte Ratte mit an Bord. Ja, das Ding muss man auf jeden Fall kaputt machen, weil das hat uns von hinten vorhin geschossen. Alter, das ist denn hier unten los, Mann! Alter, warum treffen mich zwei Raketen mit Eimer? Drei! Ich bin tot. Ich bin wieder da, klar. Kommst rein, zwei Raketen. Warte, komm. Geht scharf. Wo ist denn dein Herz? Wo ist denn dein Herz? Dein oben. Hä? Wieso bin ich denn jetzt tot? Ich bin auch tot. Ich denk mal wegen Gabi. Da oben ist dein Herz, glaube ich gleich. Na, ich spawne und falle runter und bin tot. Alter, was ist das denn? Sag, na geht, Tommy? Ich finde das nicht lustig. Ja, doch, hast recht. Warum ist da eine Selbstschussanlage? Pass auf, wo soll ich die Selbstschussanlage? Boah, Alter, voll die Granatik-Fressen. Osti, schiebt sie aus dem Bildschirm raus. Ich dachte ja doch an euch. Aber was ist denn so ein Nazi? Bist du noch besoffen? Was ist denn endlich raus? Ey, da kommt schon so ein überdimensionale Radhaar oder so ein Mist, ey. Ein Hitler, ein Hitler. Oh. Oh. Wo ist denn der Osti schon wieder unterwegs? Da macht hier oben Zombies kalt. Ah. Ah. Nicht hier reingehen. Alter. Alter, nee. Geht nicht da rein. Scheiße. Wir müssen aber trotzdem hier hoch. Alter. Ich bin gleich tot. Nein. Da ist noch einer. Warte, da ist noch einer. Warte, warte, warte. Nein. Ich hab's geschafft. Oh. Aber hier oben sind tollenweise Ratten. Und Nazi-Zombies. Nazi-Zombie-Ratten. Ich hab der Umfang eingefallt. Vorsicht, Vorsicht, da vorne schießt noch was. Ich bin tot, ich bin tot. Und, und Vendilatoren. Vendilatoren, große Vendilatoren. Alter. Alter, was ist das so? Alter, was ist denn das? Ich bin schon wieder tot. Außer es wird doch wohl nicht zu weit hier vorne ran gehen. Na. Da leck mich doch am Arsch, Alter. Ich bin schon wieder tot. Ich bin also tot. Mich hat's da unten reingeschleudert. Das sind noch drei große Vendilatoren. Fuck. Nein. 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 Alter, die ganze Vendilatoren. Das Ding war grad kaputt, gell. Kaputt. Oh. Nein, ey. Ich weiß, was wir also hatten. Hä? Was ist denn, woher kommt ihr mal zur Wies? Na, die hab ich grad alle runter getreten. Da seid ihr noch nicht um. Ich bin um. Da kommt hoch. Nein. Ja, hast du. Lass mich unten mit dem Mixer. Hier seid ihr. Die Hunden müsst ihr das geben. Wurde, ey. Schöne Lötter seid ihr euch. Weil ich helfe nicht mehr aufgeregt, ey. Mann, ich helfe. Nö. Alter, ich kann schon verpassen. Ja, ist der auch drin. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Nicht alle auf dem Dreischenfleck stehen. Sonst wäre es auch genau, wo man hinsteht. Kann ja mal jemand sagen, dass von hinten hatten kommen. Nö. Da hab ich ein Tor beöffnet. Das macht das. Das war der Moment, die Mertel. Alter. Was ist denn das? Alter, ich krieg doch gleich einen zu viel hier. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin... Alter, das wird so krank. Das wird noch so krank, Alter. Oh, hier läuft eine Luftschule. Ah, kotze. Ach, kotze. Oh, hier läuft eine mit Rücken. Mal, komm. Ich bin tot. Ich auch. Oh, die Ratte von den... Thomas, bleib oben. Bin ich nur runtergefallen. Hä? Was ist denn da? Hä? Ich mein, ich bin nur eingesaugt worden, ey. Ja, ja, ich war ganz weit unten. Oh, wie dick. Hä? Ich bin tot. Ich bin tot, Mann. Ich bin tot, Mann. Ich bin tot. Ich auch. Hä? 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 Mh... So, guck mal. Das ist erst mal fett, darfst die Löcher häuten, ne? Ah. Uh. Okay, macht jetzt weh erstmal. Ach, scheiße. Wer schießt denn da hinten noch? Da schießt jetzt gar nichts mehr. Hey, jetzt kriege ich einen Schuss ab. Bam. Roter Luftballon nutzt ein Schiff mit einer Kanalisation, ja? Hier? Herzen. Von... The way I like it. I like it. I like it. Oh, nee, ich will... Ey, wer schießt noch nicht? Achso. 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 Oh, jetzt hab ich... Oh, scheiße. Läuer auf zu schießen, Mann. Das sind wir. Ey, guck los. Der kommt wieder. Der kommt hier. Der kommt eine Nazi-Braut. Der ist ein Animal. Hahaha. Jetzt hab ich überlegt, was mähen da ein nur? Vielleicht tot, 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 vielleicht tot. Vielleicht noch schießt, da kommt ein riesen Rad. Ich bin tot. Och, wieso sagt ein Kinder, dass da ein Zombie hinter mir steht? Ja, aber frei. Aber da ist vielleicht tot. Achtung, Zombies kommen da unten. Das sind noch... Fünf Stück, fünf Stück oder so. Wieso steh ich denn jetzt hinter dem Ventilator? Willst du mich verarschen? Du musst eigentlich nur hier rüberkommen, da ist das Ende vom Level, denk ich mal. Nur. Nee. Nee, wir müssen halt lang hoch. Toll. Guck mal, guck jetzt mal unten rein. Was da unten liegt. Ich weiß, da unten liegt irgendwas. Ja, ich hab mich schon gesehen. Aber wir müssen trotzdem irgendwie hoch. Ey, hier ist ein Hund. Warum ist hier ein Hund? Hier hinten? Leute, kommt mal weiter hier hinter. Hier ist ein Hund. Ein Hund? Ja. Wo ist denn ein Hund? Ein blöder Hund, oder? Ach so, tatsächlich? Ich bin tot. Achtung, kommt noch mehr Zombies von oben. Wartet mal. Hier unten ist Luftballon. Hä? Das ist das. Sorry. Das ist von S. Quatsch. Leute, hier war da oben eine geheime Waffe. Leute, ich bin jetzt im... Ich O. Ich O. Ey, scheiße. Die Sau-Deppen. Die Sau-Deppen. Das sind doch solche Sau-Deppen. Sau-Deppen. Das sind... Leute, die Scheiß-Ratte. Die Sau-Deppen. Die Sau-Deppen. Die Sau-Deppen. Die Sau-Deppen. Die Sau-Deppen. Das ist so ein-Gang. Kann ja nicht mal einer mit Feuer arbeiten. Kann mal einer mit Feuer runterkommen? Vielleicht mit Feuer? Also mit Feuer meine ich! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Die Echten sind hier ins S hier reingepackt? Ja! Ey, ohne Mist! Ja, das müssen wir uns auf jeden Fall noch mal anschauen! Och, da wird die ganzen Gedärme hier rüberfliegen, die ganzen... Ja, da muss es ja irgendeinen Weg geben, irgendwie richtig, weil du machst ja da hinten extrem damage, wenn du langkommst. Scheiße! Jetzt bin ich eh fast tot! Na, ich warte mal! Da ist der Hund! Wir müssen die Hebe aktivieren, hm? Jetzt? Nimmst du hier die Waffe? Warte mal, warte mal! Warte mal! Ist der Ventilator hier ausgegangen? Nee! Ja, was ist mit dem Hund? Kannst du hier runter treten? Hm... Vielleicht kriegst du wirklich nur die Waffe! Nee, 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 nee! Wenn du unten bist, siehst du nämlich die Luftballon und das Boot! Ja, ich denke mal, das ist aber einfach nur so reingebaut, denke ich mal! Oh, scheiße, bin ich tot! Warte mal! Ich probiere jetzt noch mal gleich noch mal runter zu gehen! Weil, äh, weil wenn du durch die Waffe da rumfällst, bist du dann nämlich auch in die Fall! Ah, komm jetzt hier weiter raten! Rest in Pieces! Rest in Pieces! Rest in Pieces! Schluss hiermit! Oh, hinter uns! Ey, guck los! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich auch! Ach du Scheiße! Was ist denn das für eine Klasse? Was ist denn jetzt? Was war denn das? Was ist denn das? Wo bin ich denn jetzt? Ich hab' keinen hier auch noch, wo wir sind! Ich glaub' einfach mal den Waffen hinteregen! Ihr müsst einfach wieder zurücklaufen! Da hat's jetzt komplett eine ganze Steinlawine ausgelöst und hat hier alles freigerollt! Jetzt kommt doch unser Auto! Wie die Krüppel nach unten rutschen! Ah, nicer, nicer! Nein, getreten! Ja, toll! Ihr werdet alle weg, denn ich gehe immer noch besuchen! Ja, toll! Alles in den Häckslern ein, Junge! Ach du Scheiße! Na, hier hängt einer! Hier hängt einer! Du, ein gestörtes Game, alter! Du bist 10.000 mal besser als Meldeslack, ohne Mist! Ja, ja, Arschlöcher! Ich glaube, ich komme jetzt mit 7x S runter! Hehehehe! Woah, super geil! Alter, pass auf! Da oben ist... Jetzt! Oh, hier sind die Social Media Deutsche! So, weiter! Basti! Überlebt! Ja, du sagst sie mir jetzt! Ich bin da in dieses Loch gefahren, ich bin spawnen in dieses Loch gefahren. Oh ne, da geh ich nicht hin. Pass auf mal, Passi! Guck mal, der Schwanz von der Innenratte da oben. Nein! Nein! Ich bin durch! Alter, hinter uns! Zer Bies! Achtung hier, aus dem Loch über uns. Honey. Ah, ich bin tot. Da kam noch welche, ich hab gedacht das wars. Ich muss nach uns gar nicht sagen, das geht doch nicht! Alter! Alles klar, ich brenne. Was ist denn noch hier los? Ey Leute, ihr wisst schon, wir sind für 23 Minuten. 23. Na ja, ich bin tot. Du hast 32 gesagt, ich bin tot. Ich bin tot. Du hast grad 32 gesagt. 23 hab ich gesagt. Guck dir meinen Stream an, Junge. Guck dir meinen an, Junge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.